Servus Leute, was geht? TakenCryptos hier. Ich darf euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal begrüßen. Freut mich erstmal, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Veracity und zwar um das Tokenomics Update Video. Und ja, ich habe da schon ein Video dazu gemacht. Das hier ist das Reaktionsvideo darauf. Und zwar erstens, was hält die Community davon? Also die Kommentare unter dem Video gehen wir ganz kurz durch, dass wir uns da mal ein paar verschiedene Meinungen und Eindrücke reinholen. Und tatsächlich, da es natürlich auch auf viel Aufsehen gestoßen ist, hat sich Veracity persönlich auch nochmal zum Tokenomics Update gemeldet. Und das gucken wir uns auch an. Da kommen ein paar Fragen, die auch wichtig sind. Wir gehen natürlich nicht alle durch, weil das sind 30 Stück. Aber wir gehen auf jeden Fall die wichtigsten durch. Deswegen würde ich sagen, wenn dir das Ganze gefällt, dass wir Videos um 1 Uhr nachts aufnehmen, dass hier auch der Content gesichert ist, dann gerne auch ein Like geben. Somit supportest du natürlich den Kanal. Und natürlich auch ein Abo da lassen, um nichts mehr zu verpassen, falls du dich um Krypto generell interessierst. Okay. Warum nehme ich das Video um 1 Uhr nachts auf? Mein Schlafrhythmus ist komplett gedreht worden, seitdem ich krank war. Aber darum soll es ja nicht gehen. Es soll heute um die Tokenomics nochmal gehen. Ein bisschen detaillierter. Deswegen würde ich sagen, wir starten sofort ins Video rein, nach dem Disclaimer. Let's go! Wichtig! Ich bin kein Anlagenberater. Dieses Video dient dir lediglich als Informationsquelle. Genau. Und das hier ist der Anreiz zu dem Video. Veracity am 29. Juni gepostet. Häufig gestellte Fragen zur Veracity Tokenomics Community. Und bevor wir zu den Fragen kommen, würde ich sagen, gehen wir erstmal auf das Video hier zurück und gucken uns an, was die Community denn dazu sagt. Apropos, wenn du dieses Video hier noch nicht gesehen hast, dann solltest du tatsächlich erstmal dieses Video schauen, weil sonst ergibt das jetzt gerade gar nicht so viel Sinn. Es haben mich auch einige Fragen erreicht, ja. Was ist mit dem Veracity Tokenomics Video? Beziehungsweise wie ist es mit dem Veracity Tokenomics? Ich habe dazu ein Video gemacht. Gerne abchecken vorher. Hier verlinkt. Das auf jeden Fall als erstes anschauen. Ansonsten würde ich mal sagen, wir gucken mal an, was die Resonanz so ist. Und zwar der erste Kommentar von Olli. Wir gehen jetzt hier ganz schnell durch. Und zwar man muss beobachten, in was sie investieren. Danach kann man urteilen. Bei Amazon war es ja ähnlich, dass sie auch immer und immer weiter investiert haben. Das ist auf jeden Fall ein valider Punkt. Wir müssen beobachten, was Veracity macht, wie sie investieren. Bisher tatsächlich habe ich eigentlich nur Gutes gesehen. Neue Listings, neue Partnerschaften. Abschließend zu sagen, es bleibt spannend. Dann weiteres Kommentar von Mohamed aus Bochum. CoinMarketCap hat das Ganze schon aktualisiert. Genau, da sieht man jetzt ungefähr 10% Umlaufmenge. Sieht natürlich nicht allzu cool aus. Hier 9%. Sieht natürlich nicht allzu stark aus. Aber es ist, wie es ist. MarketCap ist ja immer noch unverändert. Ich denke nicht, dass es ein großes Problem ist. Und es kommt ja schlussendlich auf die Umlaufmenge an. Und die sollte ja kurzfristig zumindest jetzt nicht allzu groß geändert werden. So, und apropos, wundert euch nicht, dass hier tatsächlich Yu-Gi-Oh! Videos hier am Start sind. Ich habe in letzter Zeit, wo ich krank war, mir immer wieder wegen Nostalgie-Faktor-Yu-Gi-Oh! Videos angeschaut. Also das war eigentlich ganz cool. Deswegen, ja, lieber mal Fokus hier auf die Kommentare. Auf Veracity. Dann von Tazu. Ich habe mir vor ein paar Tagen 500.000 Token gekauft. Und jetzt 40.000 abgestoßen und kaufen lieber was anderes. Das heißt, man geht hier ein bisschen vorsichtiger an die Sache ran. Ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Herangehensweise, meine Meinung nach. Wie gesagt, ihr kennt ja meine Einstellung. Ich würde generell nie in irgendwas All-In gehen. Und auch bei kleineren Kryptos sollte man natürlich auch immer auf die Verteilung drauf achten. Also ich würde jetzt auch beispielsweise niemals in Veracity 60% investieren. Im kompletten Portfolio und 40% die sicheren. Sondern ich würde die Verteilung anders machen. Dann, ein Kommentar von Fabi. Geht gar nicht mit dem Max-Supply. Ich finde es persönlich auch etwas zu hoch. Da können wir auch gleich mal weiter anknüpfen. Und zwar auf den Kommentar. Ich finde 25 Milliarden wären angemessen gewesen. Aber mehr als 100k finde ich zu hart. Also wahrscheinlich 100 Milliarden gemeint. Beziehungsweise die 90 Milliarden, die eben als Utility bei Veracity gecappt sind. Da bin ich tatsächlich ähnlicher Meinung. Ich würde auch sagen, ob die 25 Milliarden gerechtfertigt wären. Das könnte man wahrscheinlich argumentieren. 50 Milliarden vielleicht auch. 90 Milliarden finde ich etwas weit hoch gegriffen. Mein persönliches Statement. Wenn wir hier mal schauen. Das sieht halt einfach nicht gut aus. Wenn wir hier sehen, Max-Supply ist 110 Milliarden und nur 9% im Umlauf. Wenn sich eine Person mit Veracity befasst und das allererste sieht. Man guckt ja meistens als allererstes auf CoinMarkt-Cap. Und dann 9% Circulating Supply sieht. Schreckt das tatsächlich Investoren am Anfang erstmal ab. Das ist ein Fakt. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht so positiv. Klar, wenn man weiß, dass die nur als Utility dienen. Und niemals in den Umlauf kommen. Dann ist natürlich was anderes. Aber dazu muss man doch erstmal kommen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt hier ganz kurz und knapp durch. Häufig gestellte Fragen zur Veracity Tokenomics der Community. Und zwar hier nochmal die Frage, die ich tatsächlich auch öfter bekommen habe. Und zwar machen diese Marker-Token, also diese 90 Milliarden, die eben als Utility hinterlegt werden, machen die den Weg in die zirkulierende Versorgung. Und da ganz klare Statement von mir als auch von Veracity. Nein, im Tokenomics-Update-Artikel wird geklärt. Diese 90 Milliarden werden niemals in den Umlauf kommen. Gut, das dazu. Dann eine weitere wichtige Frage. Werden sie offenlegen, nachdem sie eine Menge der 10 Milliarden Foundation-Token für die Community verwendet haben? Das heißt, in dieser War Chest, wo diese 10 Milliarden für Investitionszwecke drin sind, werden da die Informationen offengelegt, sobald investiert werden für die Community? Wird das da offengelegt für die Community? Und hier steht, ja, sobald eine Akquisition getätigt wird, wird das bekannt gegeben. Und bis dahin sind die natürlich für den Umlauf nicht verfügbar und werden gesperrt nicht zur Verfügung gestellt. Das eine sehr wichtige Information, meinen Meinung nach. Dann weitere informative Frage. Was wird die Ausübungsfrist sein, wenn ein anderes Projekt erworben wird? Können sie uns ein Beispiel oder ein Szenario geben für die Übernahme eines Unternehmens mit Veracity Token? Das heißt, mal verständlich ausgedrückt, könnt ihr uns ein Beispiel geben? Habt ihr schon Pläne, worin diese 10 Milliarden Token, die für die Investitionen da sind, wofür die ausgegeben werden? Und hier äußert sich Veracity folgendermaßen. Wir haben bisher nichts Bestimmtes im Sinn. Angesichts des Bärenmarktes können sich natürlich Chancen ergeben. Wenn Veracity vom Wert her davon profitiert, hängt natürlich stark vom Zielunternehmen ab. Aber allgemein gilt zu sagen, und das habe ich auch schon im Tokenomics Video erklärt, diese Token würden Jahre brauchen, um Auswirkungen auf unser zirkulierendes Angebot auszuüben. Wie sie ja meinten, die werden, auch wenn die investiert werden, erstmal versperrt und kommen dann über die Zeit, also nicht sofort, nicht kurzfristig. Das heißt, im Endeffekt sollten wir uns jetzt zumindest keine Gedanken machen. Wie gesagt, 90 Milliarden rechnen wir uns weg. Und dass diese 10 weiteren Milliarden, die eben für Investitionen ausgegeben werden, dass die jetzt sofort den Markt überfluten. Also im Endeffekt besteht hier kein Risiko. Dann weitere wichtige Informationen, wird Veracity Analysen von Proof-of-View bereitstellen? Und da äußert sich Veracity folgendermaßen, wenn die Partner sich damit einverstanden erklären, diese Daten rauszugeben, dann wird das natürlich auch mit der Community geteilt. Wichtig ist natürlich, Privatsphäre und die Geschäftsadressen der Partner sind zu schützen. Also das ist auch verständlich, denke ich mal. Und ohne deren Erlaubnis wird da nichts rausgegeben. Genau dann hier eine sehr basic Frage, aber manche haben die halt nicht verstanden, deswegen sage ich jetzt nochmal, woher kommen die zusätzlichen 100 Milliarden Token, die wir jetzt hier auf einmal sehen. 90 Milliarden werden von Veracity für die Zwecke von Proof-of-View-Marker-Tokens und 10 Milliarden für unsere Unternehmenseinkäufe, die War Chess, die Kriegstruer geprägt. Genau. Und hier sozusagen steht es nochmal, diese 90 Milliarden sind nur für die Proof-of-View-Funktion vorbehalten und werden niemals sich auf das zirkulierende Angebot ausüben. Was auch sehr wichtig zu wissen ist, die Börsenpartner und CoinMarketCap haben das zirkulierende Angebot akzeptiert und verifiziert. Und genau deswegen sehen wir das hier ja. Deswegen mache ich auch immer die Referenz hierzu, weil das eben nicht von Veracity nur bloß gesagt wird, sondern eben auch von CoinMarketCap und von allen anderen Börsen, wo sie gelistet sind, so akzeptiert wurden. Genau deswegen haben sie auch eine Weile gewartet mit diesem Tokenomics-Update, weil das eben noch nicht von allen verifiziert wurde. Dann zur nächsten Frage, sind die Team-Token immer noch frühestens im Februar 2023 versehen von 25%? Da sagen sie richtig. Um das zuverständlich zu übersetzen, das Team besitzt ja ebenfalls auch Token und 25% dafür werden sozusagen freigegeben für den Verkauf und den Umlauf und, und, und. Die sind bisher noch gesperrt, soweit ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Gerne auch in die Kommentare schreiben, falls ihr was nicht verstanden habt oder, falls das doch nicht so ist, aber laut meiner Information sollte das eben so sein, dass das Team eben dann Token auch zur Verfügung bekommt, die bisher jetzt nur gesperrt sind. Eben im Februar 2023. Dann eine weitere interne Frage, die ich ganz interessant finde, und zwar was passiert, wenn ein Unternehmen nicht alle zugewiesenen Veracity Marker für eine Kampagne verwendet? Also eben diese 90 Milliarden vom Use Case her. Veracity äußert sich folgendermaßen, sie würden in den Proof-of-View Marker-Token-Pool recycelt und in anderen Werbekampagnen verwendet werden. Diese Informationen finde ich ganz wichtig, um einfach zu verstehen, wie generell das Konzept von Veracity funktioniert. Da wir ja schon so tief in Veracity drin sind, können wir diese Informationen auch ebenfalls noch bringen, denke ich mal. Und dann würde ich sagen, ja, das war's mit dem Update-Video, mit der Resonanz von der Community, mit den FAQs, mit den häufig gestellten Fragen zu den Veracity Tokenomics der Community. Ich hoffe natürlich, euch hat das soweit gefallen. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier einen Mehrwert geboten. Wenn dies der Fall war, gerne natürlich auch mit einem Like zeigen. So immer supportet du natürlich den Kanal. Und wenn du bis hierhin drangeblieben bist, wir machen es wieder. die bekannten Hashtags, Hashtag Veracity, in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, wenn ihr euch bis hierhin die ganzen Informationen angeguckt habt. Das interessiert mich auch immer sehr, sowas zu sehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Freut mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Ich werde wahrscheinlich bald schlafen gehen. Du siehst das Video hoffentlich zu einer normaleren Zeit als nach Mitternacht. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Peace out.